ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barkhafts peters krieg neue folge normalerweise setze ich da ja keine intros vor wir können es ja kaum erwarten euch das anzuhören anzuschauen wie auch immer ihr das macht und ich bin immer wieder also ich freue mich ja immer wie bolle wenn das feedback so ist wie immer schreibt toll und super und gut erzählt und gut vorgelesen und ich schlafe bei deiner stimme mal ein wobei das ich habe das mittlerweile verstanden dass es ein lob ist dass das so entspannt ist wenn ich was vortrage dass sie dabei ein schlafen könnt so auch die jungs die dann schreiben ich höre das immer auf dem weg zur arbeit oder ich höre mir das hier an und da und auch die spotify leute ich mein peters krieg ist ja noch nicht auf spotify kommt ja noch die sind auch mal voll des lobes also ich freue mich immer darüber 1 2 3 kritikpunkte nehme ich natürlich auch gerne hin zum thema cliffhanger ja manchmal ist das so ich bin ja kein böser mensch glaube ich ich mache das ja nicht mit absicht aber ich will ja auch den spannungsbogen so ein bisschen behalten und manchmal muss ich irgendwo eine trennung finden in dieser ganzen story um um zu sagen also das sind die 10 12 13 minuten und dann muss man entweder noch mal fünf minuten dazu lesen oder man muss eben da den cut machen also es ist nicht immer böse gemeint und ich sitze da nicht in meinem kämmerlein sei als habe ich den wieder richtig einen verbuhlt also das ist nicht böse gemeint ich versuche das auch ohne cliffhanger zu machen aber manchmal geht das halt nicht und das ist eben dabei ja das war das eine was ich loswerden wollte und das andere ich wollte noch ein bisschen werbung machen für die kanalmitgliedschaft also wenn ihr kanalmitglied werdet hier auf diesem kanal kostet euch das 1,99 im monat das kann man über youtube abschließen und von diesen 1,99 glaube ich kriegen wir in euro 10 ab nachher weil das braucht youtube für was auch immer hilft dem kanal aber als einnahmequelle und da können wir wieder tolle sachen machen also vorzug für euch oder vorteil für euch ihr seid dann werbefrei also es kommt keine nervige werbung mehr weil für die kanalmitglieder lade ich extra videos hoch die auch nur die kanalmitglieder sehen können so das wollen wir noch mal los werden ich hoffe das geht jetzt wieder gut los mit peter und seinem richtschützen ich glaube der heißt rudolf ja so war das und was die so erleben in der normandie los geht's und dann Es war soweit, Rudolf und ich setzten uns hin und ich war sehr gespannt was er nun erzählen würde und er legte los. Also ich hatte dann um 10 Uhr beim Kommandeur zu sein. Natürlich war ich schon 20 Minuten vor der Zeit da. Ein reges Treiben herrschte vor dem Stabsgebäude aber ich hatte mich in den Schatten gestellt und gewartet. Um 9.45 Uhr meldete ich mich in der Schreibstube und ein Obergefreiter flitzte dann in die hinteren Räume sicherlich um meinen Erscheinen zu melden. Kurz darauf wurde ein Hauptmann den ich nicht kannte sichtbar und der meinte denn es würde noch dauern, da der Kommandeur in einer Besprechung wäre. Nun gut ich war da, meine Uniform war tipptopp, die Stiefel geputzt und alle Abzeichen an der richtigen Stelle. Frisch rasiert war ich auch, es konnte nichts schief gehen. So dachte ich. Trotz des Schattens war es recht warm, dann gegen 10.30 Uhr kam wieder der Obergefreiter und brachte mich zum Spieß. Der wollte wohl auch sicher gehen, dass dem Kommandeur hier nicht ein Haufen Elend vorgeführt wird. Und auf seinem Tisch lagen, soweit ich das mit meinem Blick erhaschen konnte, meine Papiere. Fragte nach meinem Sollbuch und ich gab es ihm. Er sah sich alles genau an und zog hier und da die Augenbraue hoch. Sicherlich als er die Orte, an denen wir mit unserem alten Regiment im Kampf gestanden haben, durchlas. Ganz schön rumgekommen, brachte er heraus. Das würde ich mal als Lob verstehen. Er gab mir das Buch zurück und sah nochmal in Papierstapel vor sich. Dann kam ein, auch ganz schön viel Scheiße verzapft, was? Da sagte ich erstmal nichts zu. Stehst du wohl immer selbst im Weg, mein Lieber. Einfach mal die Schnauze halten und umdrehen. Macht vieles einfacher. Tatsächlich, dachte ich bei mir, das war mal ein guter Ratschlag. Mit versteinertem Miene nahm ich es hin und ich war nicht sicher, ob er mich aus der Reserve locken wollte oder ob einfach so ein frei herausgestrickter Mann war. Ich sollte mich in die Ecke setzen und natürlich wie immer die Klappe halten. Ich hatte bis jetzt eh noch nichts gesagt. Ich belies es dabei. Mittlerweile war es schon fast 11 Uhr und ich wurde durstig. Gerade als ich aufstehen wollte, um mir etwas zu trinken zu holen, flog die Tür auf und eine Leutnant kam heraus. Sind sie Pedersen? Wählte er in meine Richtung. Ich sprang auf und meldete so schnell es ging militärisch korrekt Namen und Dienstgrade. Mitkommen und schon sauste er los. Wir gingen in dem Gutshaus in den nächsten Raum und auch hier waren Spuren der Bombenangriffe nicht zu übersehen. Trotzdem stand das Haus noch. Alles was hier abgeworfen worden war, hat nur die üppigen Gärten ringsum getroffen und natürlich die Fensterscheiben zerstört. Ich hastete hinterher und endlich kamen wir in einem kleinen Raum mit Schreibtisch und vielen Papieren an. Ich sollte mich setzen und wartete ab. Der Leutnant ging nochmal los und ich dachte mir er wird sicherlich meine Papiere holen und auch meine Aussage zu dem Vorfall. Kurze Zeit später war er wieder zurück mit einem Stapel Unterlagen in einer gebundenen Mappe. Meine Kehle war mittlerweile staubtrocken und ich bat den Herrn Leutnant höflich um ein Glas Wasser. Ich durfte mich dann selbst bedienen und löschte meinen Durst aus einer der drei Wasserflaschen die auf dem Regal standen. War nicht kalt aber half. Zehn Minuten verging und ich sah nur wie die Augen über das Papier flogen. Eine andere Seite wurde vorgekramt, es wurde wieder gelesen und dann Kopfschütteln. Dann der Blick auf meine Auszeichnung, dann wieder in den Papierstapel. Er schaute mich dann erst an und fragte doch ein wenig unsicher wieviel Panzer ich schon abgeschossen hätte. Ich hatte die Frage erwartet und setzte dann vorsichtig an, Herr Leutnant die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Er sah mich fragend an und dann kam ein Versuchen Sie es mal zurück. Tja sagte ich dann, also als Richtschütze im Panzer sicherlich um die 40. Als Kommandant wohl um 10 bis 12. Als Richtschütze an einer Pack noch ein paar. Im T-34 als Richtschütze waren es dann auch noch welche und mit Nahkampfmitteln dann sicher auch noch zwei oder drei. Also um die 60 Feindpanzer meinte er dann. Ich nickte ihm zu aber meinte auch, dass es nicht immer so einfach wäre das genau zu bestimmen. Sie tragen aber auch keine Panzervernichtungsabzeichen am Ärmel, warum nicht? Konnte ich auch nicht beantworten, die sind noch nicht bei mir angekommen. Nun gut, sie müssen nach dem was ich hier lese auch schon Oberfeldwirbel sein. Aber das haben sie sich wohl selber eingebrockt. Dann folgte wieder Stille und ein langes hmm und dann ein Mann Mann. Weitere Minuten verstrichen, es wurde nicht gesprochen. Auf dem Flur wurde es dann laut und es schien so als ob die Besprechung unseres Kommandeurs zu Ende wäre. Ich wurde dann in den großen Nebenraum befohlen, in dem wohl mal das Wohnzimmer der vorher hier lebenden Familie war. Schöner großer Raum, hohe Decken, einige Gemälde und schöne Möbel. Aber auch hier die Fenster teilweise zerstört und mit Holz notdürftig geschlossen. Ich stand in der Mitte des Raumes. Der Herr Major saß an einem Stuhl, der ganz im Fenster hingedreht hatte. Also sah ich ihn nur im Profil. Ich setzte an zur Meldung und er winkte ab. Es nahe mich dabei aber nicht an. Der Adjutant legte die Papiere auf den Tisch. Ein Obergefreiter kam rein und brachte frischen Kaffee und Gebäck. Aber nur eine Tasse und ich dachte mir gleich, die war wohl nicht für mich. Ich schwitzte. Hätte ich doch nie Angst vor den Dienstgraden, aber das hier war anders. Die Ruhe machte mich nervös. Einen ordentlichen Anschiss hält man schon aus. Schluck den runter und am nächsten Tag geht es dann weiter. Aber diese Ruhe machte mich mürbe. Der Major ließ mich stehen, nahm seinen Kaffee. Behutsam wurden zwei Stücke Zucker in den Kaffee gegeben, also wirklich behutsam reingelegt. Als ob in der Tasse dadurch keine Wellen entstehen sollten. Dann kam der Löffel. Ich zählte die Umkreisung. 10, 20, 30. Der Zucker war sicherlich schon längst verschwunden, aber es wurde hier wenigstens ordentlich gerührt. Der Mann macht keine halben Sachen war mein Eindruck. Dann der erste Schluck. Es kam mir alles wie eine Ewigkeit vor. Es waren aber sicherlich nur Minuten vergangen. Er stellte den Kaffee ab und ging zum Fenster. Draußen war der Motorenlärm lauter geworden. Scheinbar waren eigene Fahrzeuge angekommen. Als es wieder still wurde, legte der Kommandeur die Hände auf den Rücken. Mit einer festen dunklen Stimme sagte er dann, schön Mist haben sie da verzapft. Dann wieder Stille. Er drehte sich um, sah mich nicht an und ging wieder zu seinem Schreibtisch. Drehte den Stuhl so, dass er mir gegenüber saß, schaute auf die Papiere, aber ich konnte nicht erkennen, ob er was las oder nicht. Er schlug ein Bein über das andere und nahm sich eine Zigarette. Dazu kam ein Streichholz und in aller Ruhe entzündete er sich die Zigarette. Er war die Ruhe selbst und ich dachte mir schon, dass es wohl im Inneren brodelte oder er war hin und her gerissen was er tun sollte. Pedersen, sagte er mit rauer Stimme. Ich habe nun schon einiges von ihnen gehört und gelesen. Beutepanzer, Geschützführer, Partisanenjagd, Kommandant an der Ostfront. Schwere Verwundung und trotzdem sind sie immer noch an der Front. Soldaten wie sie gibt es wenige und es werden immer weniger. Aber sie haben sich nicht im Griff. Sie müssten schon mindestens Portopédträger sein, wenn nicht gar Offizier mit ihrer Vorbildung. Das Deutsche Kreuz ist auch schon zweimal an ihnen vorbeigerasselt. Und warum? Weil sie nun schon mehrmals vorgesetzte Dienstgrade angegangen sind. Wieder Stille. Was sollte ich auch sagen, mir war ja bewusst, dass ich schon mal impulsiv sein konnte. Der Kommandeur setzte wieder an. Nun denn, was haben Sie sich dabei gedacht, den Herrn Major von den Sturmgeschützen anzugreifen. Das sagte er in einer sehr ruhigen und sehr bestimmten Art und ich glaube nicht, dass er wirklich eine Antwort wollte. Und so schwieg ich vorerst. Ich dachte nur bei mir, ja, der deutsche Soldat erwartet seine gerechte Strafe und verteidigt sich nicht. Warum auch? Was hätte ich noch sagen sollen? Der Major sagte weiter, sie dachten doch nicht wirklich, dass es ein feindlicher Spätrupp ist, der ihren Kommandanten angeht. Ich denke, sie wollten nur ihren Kameraden, ihren Kommandanten beschützen. Was ich natürlich als sehr ehrenhaft erachte. Also, Pedersen, ich habe mich entschieden, sie nicht ins Strafbataillon zu schicken, um irgendwo Minen auszugraben oder andere törichte Dinge zu tun. Aber eine Beförderungsschwere bleibt bestehen und trotz mehrfach gezeigter Tapferkeit wird auch die wiederholt eingereichte Auszeichnung nicht weitergeleitet. Irgendwas müssen wir machen, damit wir hier nicht das Gesicht verlieren. Um den Herr Major von den Sturmgeschützen kümmere ich mich, sonst laufen wir noch Gefahr, dass sie dem Mann bei einer Entschuldigung ihrerseits in einem unbedachten Moment noch den Hals umdrehen. Sie werden nächste Woche bei der Panzerwerkstatt aushelfen. Fahrzeuge sind knapp und so sieht es wenigstens aus, als ob ich sie bestrafe. Sie können gehen Pedersen und ich hoffe, sie reißen sich jetzt einmal am Riemen. Ich bedankte mich artig, grüßte zackig und verließ den Raum. Mein Hemd klebte an meinem Körper, ich schritt den Gang vom Gutshaus entlang und fühlte mich irgendwie erleichtert. Dann kamen mir wieder unsere Kameraden vor Augen, die wegen diesem schlecht geführten Angriff ihr Leben lassen mussten. Da merkte ich wieder die Wut in mir aufsteigen, aber ändern konnte ich nun nichts mehr. Ich hoffte nur, dass der Herrgott ein Einsehen haben wird und diesen Kerl irgendwann entsprechend bestrafen würde. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht und nun bin ich hier. Ich lächelte Rudolf an und auch er musste jetzt grinsen. Ich war erstaunt über die milde Strafe. Normalerweise wäre ein normaler Soldat nicht so einfach davon gekommen, aber ich denke über Rudolf schwebt ein besonderer Schutzengel. Erleichtert über den Ausgang der Geschichte und das Vergangene machten wir uns daran, die nächsten Tage bei den Mechanikern zu helfen. Rudolf eher mit dem Schraubenschlüssel und ich eher mit der Feder als mit dem Schwert. Hier waren wir nun, ein Regiment mit zwei Abteilungen, die schon sehr stark ausgeblutet waren. Eine Front, die sich immer weiter rückwärts bewegte. Viele Kräfte die in der Normandie als Felsen in der Brandung aufgriebt wurden und die Ostfront wurde von immer neuen Wellen der russischen Panzer überrollt. Es sah nicht gut aus und die Möglichkeit aus diesem Schlamassel wieder herauszukommen waren kaum gegeben. Der August war angebrochen und ich war mir nicht sicher wie lange unsere eigenen, wenigen verfügbaren Kampfwagen noch eine Rolle in diesem Abwehrkampf spielen würden. 4.000 Untertitel Kapitel 4.000 kupp 5.000 7.000 6.000 7.000 7.000 7.000 8.000 9.000 9.000 Untertitelung des ZDF, 2020